Die zweite Neuverpflichtung ist Azo Stoikov, der 24 Länderspiele für Mazedonien bestritt und bereits für den FC Aarau im Testspiel gegen Donetsk im Einsatz war. Francis Adisa Kiyoyo, ein Mann wie eine Eiche, 1,91 groß und 88 Kilogramm schwer Typ Sturmtank. Sein neuer Partner im Angriff der Aarauer könnte die ideale Ergänzung sein, eher klein und schmächtig. Typ Strafraumwusler, Ako Stoikov. In Aarau hofft nicht nur Jeff Saibene, dass die beiden Neuen der grosse Fang sind. Transfers hin oder her, die mehr fürs Spiel tat und die die gefährlicheren Szenen kreierte, Stoikov. Stoikov wurde erst von Xamaks Hüterferro gebremst. Die Neuen harmonierten im FCA-Angriff schon ganz gut, Kiyoyo auf Stoikov. Das gab's wenig später, gleich noch einmal zu sehen. Die beiden waren mit Abstand die auffälligsten Akteure auf dem Platz. Kiyoyo mit der Hacke, Stoikov per Kopf. Noch blieben die zwei Neuzugänge ohne Tourerfolg. Nächste Szene. Akko Stoikov wurde als einzige Sturmspitze nominiert. Der FC St. Gallen startete der FC Aarau einen Konto mit Akko Stoikov. Der Mazedonier mit einem langen Lauf über das gesamte Spielfeld vorbei an Zellweger und dann gestoppt von Daniel Loppa. Akko Stoikov im Zentrum mit viel Platz und der Reaktion, die zeigt, dass der Treffer nicht zählte. Stoikov stand knapp im Abseits-Zentimeter-Pech für das Tabellenschlusslicht. Ein Blick, ein Pass und Stoikov der Mazedonier kam zum Abschluss. Sein Ersatz-Nicci war noch nicht da und Aarau verstärkte den Druck. Marazzi flannte und diesmal landete der Ball im Netz. Aarau führte 1 zu 0. Marazzi ließ sich feiern. Stoikov hatte den Ball wohl nicht mehr berührt. Kein Offside bei Marazzi's Flankenball, der zum erfolgreichen Torschuss wurde. Offizieller Torschütze in der 23. Minute war zwar Stoikov, aber ob der den Ball noch berührt hat? Auch die nächste Offensivaktion gehörte den Einheimischen. Stoikov versetzte seinen Gegenspieler. Burki gelang das gleiche Kunststück nicht. Was die da? Zippung! Marazzi, Stoikov und Burki brauchte nur noch einzuschieben. Zippung verpasste den Kopfball von Stoikov und so hatte Burki leichtes Spiel. 1 zu 2 das Pausenresultat, Aarau schöpfte wieder etwas Hoffnung. Lechtdienen scheiterte an Zippung. Schön der Absatztrick von Stoikov, aber der eingewechselte Toni Lechtdienen verkabt kläglich. Drei Minuten später wieder Aarau mit dem agilen Stoikov. Hier am Ball. Foul von Diara und Schiedsrichter Studer entschied auf Penalty. Ein Fehlentscheid, wie die Wiederholung zeigt. Das Foul von Diara ausserhalb des Strafraums. Der gefoulte Akko Stoikov lief an und erzielte den Ausgleich. 2 zu 2 nach 77 Minuten. Ja, jetzt war wieder der FC Aarau dran. Der eben eingewechselte Kyojo verlängerte zu Stoikov. 97. Minute, 2 zu 1 für die Gäste. Sie standen knapp vor dem Ausscheiden. Kyojo und Stoikov waren für die Wende besorgt. Und die beiden wirbelten weiter. Kyojo bediente Stoikov. 3 zu 1, das war die Entscheidung. Aarau steht in der nächsten Runde. Nach einer Viertelstunde dieser Ballverlust von Bellinzonas Fälscher. Bastida sofort mit langem Pass in Richtung Stoikov. Golizotti verschätzte sich. Stoikov ließ ihn stehen. 1 zu 0 für Aarau. ...hielte ihm zum Verhängnis. Stoikov schoss das erste Tor für Aarau. Nach 298 Minuten spielten besser. Zielstrebiger. Mustafi. Auf seinen Sturmpartner Stoikov. Gutes Dribbling. Dann suchte er sofort den Abschluss entkönnen. Die Pausenführung für Aarau war verdient. Rapisarda. Mustafi. Stoikov gegen Manjerati. Stoikov. Abgedrängt von Zotti bis der Winkel zu spitz war. Bellinzona stand nicht sicher in der Abwehr. Aber immer noch. Nur 1 zu 0 für Aarau. Die 2-Halbzeit begann sehr intensiv. Mit einem guten Schuss von Stoikov und der Parade von Lettlands Nationalgori Wanins. Super Zuspiel auf Marazzi. Der hat viel Raum und Zeit. Stoikov völlig frei. 1 zu 0 in der 12. Minute. Der erste Aarauer Angriff und gleich ein Volltreffer. Das war richtig gut gemacht von den Aarauern. So hatte sich Pierre André. Sandro Burki an den Pfosten und Stoikov. 2-mal Pfosten in 2 Sekunden. Da konnte man sich ein Lachen nicht verkneifen. Auch wenn der Schiedsrichter auf Abseits entschieden hatte. Durchaus sehenswert diese Szene. Xamax agierte nach dem 3. Schauen Sie sich diesen Fehlpass an. Stoikov und Luca Ferro bügelte den Fehler seiner Forderleute auf. Grosses Kompliment an das Schlusslicht. Die Aarauer ließen sich nicht entmutigen. Bestimmten nun das Spiel. Eine Viertelstunde vor dem Ende. Stoikov mit diesem Supertreffer. Keine Abwehrmöglichkeit für Luca Ferro. Ein Tor zum Genießen. Nur noch 3 zu 2 für Neuenburg Xamax. Und der verdiente Lohn für eine gute Leistung der Aarauer. Stoikov trat an und traf zum 3. Mal. Der Ausgleich 3 zu 3. Ein verrücktes Spiel. Und noch war nicht Schluss. Denkst du auf, der wir alles ausgleichen. Jetzt nehmen sich die Ruhige und die Ereignisse. Das 우리� fast vor dem Ende. Die Ruhige Säge 2 zu 4. Das wäre eine gute Leistung. Das wäre eine gute Leistung. Das wäre eine gute Leistung.